Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu unserem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag. Heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe zusammengefasst zu einem Hörspiel ohne meine Einsprecher. Noch ein kleiner Hinweis. Es gibt das ein oder andere Mal hier auch einen Livestream auf diesem Kanal. Von den Livestreams findet ihr unter der Playlist Livestreams auch die Kurzfassungen. Also die Kurzfassung vom Livestream begrenzt sich größtenteils nur auf die reinen Telefonate, die in den Livestreams gelaufen sind. Somit quasi nochmal eine andere Version von Hörspiel. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, guten Tag. Hallo, einen schönen Tag. Ja. Knuspring, knuspring, oder? Knusprig, knusprig, ja, ja. E-Mas-Andersystem-Apparat. Eistens, wie geht es Ihnen? Ihr habt alles gut bei Ihnen? Ja, warum möchten Sie das wissen? So, ich gucke Sie an, als eine Signalgeberin, während der Rückfragen auf die Finanzinformationen... Was ist denn eine Signalgeberin? Ich gebe Ihnen Signale, wie Finanzmarkt in der richtigen Form funktioniert. Und wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren? Aha. So, ich wollte Sie ja gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Heißt das, ich wollte Sie ja gerne wissen, ob Sie Erfahrung mit Finanzmarkt haben? Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Es geht über Finanzmarkt, über Krypto, Vorwerk, Aktien, und so weiter. Es ist eine Online-Möglichkeit, Profite zu generieren oder zu machen. Aha. Haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Ich wüsste trotzdem nicht, was sich das angeht. Warum möchten Sie das dann nicht... Mein lieber Herr, es geht über Finanzmarkt. Ja, das ist das recht dann... Und ich würde gerne Ihnen einen Weg zu zeigen, wie können Sie ein passives Einkommen zu generieren, etwas Geld zu machen. Sie meinen wohl, Sie möchten mir einen Weg präsentieren, wie Sie sich selber mein Geld in die Tasche stopfen und sich dann aus dem Weg machen, oder was? Ja, Sie müssen zum Beispiel eine Investition machen, danach können Sie mehr Geld verdienen. So nennt man das also heute. Nur einmal bitte? Mhm. So, ich wollte sehr gerne unsere Arbeit präsentieren können. Sie haben keine Erfahrung mit Finanzmarkt, oder? Ich habe Ihnen darauf jetzt bereits schon eine Antwort gegeben. Aber ich habe nicht das sehr gut verstanden. Ja, das merke ich schon. Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte? Ich sage, das geht Sie nichts an. Was geht nichts an? Ja, die Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben. Meine liebe Herr, ich habe gesagt, haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Ja, und ich habe Ihnen jetzt schon mehrfach darauf geantwortet, aber scheinbar scheint ja Ihre Intelligenz nur drei Meter Feldweg zu betragen. Das kriegen Sie wohl irgendwie in Ihre Denkmommel nicht zusammengerührt mit Ihrem komischen, weiß ich nicht, was für ein Deutsch sein soll. Meine liebe Herr, wir arbeiten zusammen mit ECA und Broker. Wir machen nicht Profite von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne. Wenn Sie Profite machen, wir machen Profite auch. Wenn Sie Verluste machen, wir verlieren auch. Deswegen versucht jeder, mit ECA und Broker zu arbeiten. Und jetzt, Sie haben diese Möglichkeit, diese Gelegenheit zu benutzen und etwas Geld zu profitieren, etwas Geld zu machen. Okay? Und wir fangen an mit einem kleinen Prozent, mit 0,06 Prozent. Und andere Firmen nehmen mehr Prozent von Ihrer Investition, von Ihrem Geld. Deswegen sind wir die gleichen, okay? Und wir arbeiten zusammen mit A-Investing. A-Investing ist eine lizenzierte und regulierte Plattform. A-Investing hat schon 14 Lizenzen und wir sind unter Bafin registriert und kontrolliert. Bafin kontrolliert und unterstützt alle die Banken in Deutschland. Es ist sehr wichtig für Sie, wenn Sie mit einer Firma arbeiten, die hat schon unter Bafin eine Lizenz. Okay? Okay? Haben Sie mir verstanden? Das habe ich verstanden, ja, so halbwegs. Sehr gut. So, wann können Sie etwas mit Computer benutzen? Bestimmt jetzt, ja? Wozu brauche ich den jetzt? So, ich werde Ihnen nur ein Investing präsentieren. Okay? Es ist die Plattform, das ist, das, Entschuldigung, wir zusammenarbeiten. Es hat schon 14 Lizenzen und wir sind auch unter Bafin registriert und kontrolliert. So, meine Lieber Herr, agieren Sie auf Google. Und dann? Dann schreiben Sie dort A-Investing.eu. Ich werde Ihnen nur Faxen zeigen, nur die Lizenzen, die Regulation. Dann auch über Investitionen und über Geld können Sie auch mit unserer Expertin reden. Wir arbeiten hier auch mit unserer Expertin, die halt schon Studium für dieses Thema gemacht hat. So, Sie erklären Ihnen besser als ich, okay? Na, komm los. Okay, dann gehen Sie aufgucken. Ja, was soll ich denn da jetzt schon wieder? So, schreiben Sie A-Investing.eu. Okay, schreiben Sie dort A wie Anton. Ich bin schon drauf. Ich bin nicht so begriffsstürzig wie Sie. Wo sind Sie gerade? Sag mal, wo haben Sie denn dich eigentlich aufgekratzt? Haben Sie dich irgendwie von einem Verkehrsunfall weggeschleift und in ein Callcenter getackert oder was soll das? Nur einmal, bitte, ich habe nicht sehr gut verstanden. Ja, das merke ich. Wo sind Sie momentan? Gibt es da bei Ihnen eigentlich auch intelligente Mitarbeiter oder nur so Leute, die eigentlich nichts können? Ich werde Ihnen mit einer professionellen Beraterin verbinden. Ach, und jetzt spricht einfach jemand anders und Sie haben die ganze Zeit schon illegalerweise zugehört oder was? Schon mal was von Datenschutz gehört? Nein, aber vielleicht die Leitung. Herr, ich muss... Nein, aber vielleicht die Leitung. So, meine Lieber Herr, erstens, ich werde Ihnen ein Resting präsentieren. Dann können Sie auch mit unserer Expertin reden, okay? Ich dachte, jetzt kommt hier jemand Intelligentes ans Telefon. Ich bin eine Signalgeberin hier und ich arbeite auch mit unserer Expertin, okay? Erstmal, ich werde Ihnen nur ein Resting präsentieren. Ja? Nein, aber los. Wir zusammen... Wir zusammen... Meine Lieber Herr, heißen Sie sind in Google-Jahr, ja? Oh Gott, das will... Also, irgendwie musst du eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt haben, oder? Glaubst du eigentlich selber an den Scheiß, den du da vorliest? Sie haben gesagt, dass Sie auf Kuchen sind, oder? Irgendwas scheint bei dir nicht ganz im Köpfchen zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie man auf diese dumme Idee kommt, mit so einem absoluten Kakerlaken-Deutsch die Leute zu verarschen. Das funktioniert doch bei keinem, oder? Fallen da viele Leute drauf rein? Was hast du so gesagt, weil ich habe ganz schlecht gehört... Das heißt, Sie und nicht du. Und was machen Sie jetzt in der Leitung? Sie haben überhaupt nicht am Telefon zu sitzen und einfach zuzuhören. Darüber muss ich unterrichtet werden. Mein Gott, Lieber, ich habe gesagt, nur einmal, ich bin hier nur ein Signalgeberin. Nee, das haben ja nicht Sie gesagt, das hat die andere Tante gesagt. Und haben Sie schon mal was von Daten schon gehört? Mein Gott, machen Sie Spaß, oder was? Nee. Klinge ich irgendwie lustig, oder was? Lieber, bitte! Und machen Sie nicht die meisten Lebensspaß, okay? Um Gottes Willen, deine Intelligenz reicht ja wohl wirklich nur zum Vögeln, oder? Fisch. Fisch, Fisch, Alter. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Herr Gerda? Ist das richtig? Ja. Herr Gerda, grüße ich Sie. Mein Name ist Sarah Williams und ich melde mich von BitcoinSmarter. Das ist Handelsplattform, wo Sie sich registriert haben. Richtig? Ja. Prima. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin, Herr Gerda, und meine, ob ich Ihnen dabei helfen mit technischer Sache. Und natürlich soll ich von meiner Seite alle wichtige Informationen geben. Ist das okay? Ja. Okay. Dann machen wir alles Schritt für Schritt. Die erste Frage ist von meiner Seite, ob Sie Erfahrung haben in diesem Bereich, oder? Ja. Das ist alles neu. Haben Sie Erfahrung? Gut. Also haben Sie alleine gehandelt mit Experten, oder? Ja. Also haben Sie das alles alleine gemacht? Ja. Okay. Ich sage Ihnen, welchen Benefit bekommen Sie von unserer Firma, ja? Sie wissen das, wir haben ein Auftritt-Trader-System, ein Software. Wir haben ganz neue Software, das heißt MetaTrader 5, ja? Und dieses Programm läuft alleine mit Algorithmus, ja? Aber MetaTrader 5 ist doch nicht neu. Sozusagen, das ist ganz neu, aber welcher ist ganz neu, Herr Gerda? Was? Ja, aber das ist neues System. Nee, MetaTrader 5 gibt es schon ganz lange. Ich habe doch das Programm auf dem Computer. Ja, aber das heißt, das ist neues Programm, ja? Das neueste, aber das ist ja trotzdem schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ja, richtig. Also ist ja nicht mehr neu. Okay, und... Ja, und dieses Programm läuft alleine mit Algorithmus, ja? Das heißt, Sie brauchen dafür nicht so viel Zeit und deswegen, dass Sie hier bekommen ein Programm, ja? Dieses Programm liegt auf technischer Analyse, Herr Gerda, aber wenn Sie zum Beispiel mehr Informationen brauchen, ja? Das ist auch kein Problem, weil wir kommen von unserer Seite ja einen Experten und unsere Experten, wie Sie im Handelsfotos begleiten. Also Sie haben alle VIP-Signale, alle fundamentale Informationen, zum Beispiel, was hat heute Joe Biden gesagt, was hat Elon Musk und Peter geschrieben, über Bitcoin, über Dogecoin und so weiter und so fort, ja? Und welche Situation haben wir jetzt gerade in Europa, ja? Krieg zwischen Russland und Ukraine. Sie wissen, da sollen wir mit richtigen Produkten handeln, ja? Ja, aber warum müssen wir das immer alle ausnutzen am Telefon? Was meinen Sie genau, Herr Gerda? Ja, irgendwie nutzen das immer alle aus mit dem Krieg. Alle müssen immer davon erzählen. Haben wir nicht mal andere Themen? Mhm. Okay, also das war als Beispiel, Herr Gerda, ja? Nehmen Sie mal ein schlechtes Beispiel, nehmen Sie mal ein anderes. Okay, alles klar. Woher kommen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Von draußen. Okay, alles klar. Ja, Herr Gerda, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Mit mindestens, mit 250 Euro, oder? Ne, hier stand doch was mit 1.900 Euro, soll ich einzahlen? Na, also bei uns Minimum Einstiegskapital 250 Euro, Herr Gerda, ja? Also natürlich... Ne, das ist mir zu wenig. Mit so ein bisschen Pisse spiele ich nicht rum. Ja, okay, dann fangen wir an, mit welcher Summe möchten Sie. Das ist ja auch kein Problem, ja? Aber, ja, dann machen wir folgendes. Wir haben Partnerschaften mit verschiedenen Firmen. Das heißt, Sie können Ihren Handelskonto aktivieren mit PayPal, Visa, Mastercard. Sie können auch mit Online-Banking eine Transaktion tätigen oder mit Wallet. Wenn Sie benutzen ein Wallet in Kraken oder Coinbase, können wir in Kryptowährung eine Transaktion machen. Das ist ja auch kein Problem. Wie machen wir das, Herr Gerda? Dann nehme ich Paypal. Sie möchten mit Paypal. Okay, und mit welcher Summe möchten Sie Ihren Handelskonto aktivieren mit Paypal? 7.300 Euro. 7.300 Euro? Mhm. Okay, ganz kurz, bitte. Ich überprüfe Ihre E-Mail. Das ist paul.gerda.at.mdc.band.de, ja? Und unter dieser E-Mail-Adresse haben Sie ein Paypal, ja? Weil bekommen Sie von Paypal eine Rechnung. Und mit dieser Rechnung sollen Sie die Transaktion von Ihrer Seite bestätigen, ja? Aber ich überprüfe ganz kurz, bitte. Bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat, okay? Ich überprüfe etwas in die Finanzabteilung. Ganz kurz. Hallo? Ja? Guten Tag, Herr Gerda. Ich grüße Sie. Mein Name ist Sandra Werner von der Handelsplattform. Ja, Sie haben gerade mit meiner Kollegin telefoniert, ja? Ja, genau. Es geht um den Handel mit einem automatischen Programm. Ja, Gerda, Sie haben gesagt, dass Sie mit 7.300 Euro anfangen möchten. Ist das richtig? Nee, das ist gelogen. Okay, dann mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, mit 17.300 Euro. 17.000, okay, 17.000, alles klar. Nicht auch falsch, 17.300. Mhm, ja, das habe ich verstanden. Ich habe extra dafür, weil ich hatte ja mit einer Kollegin davor schon mal gesprochen. Und ich sagte, wenn ich das Geld zusammengekratzt habe, dann mache ich nochmal so eine Anmeldung da bei euch, damit ihr nochmal anrufen könnt. Und, ähm, weil wir sind jetzt extra so verblieben, dass ich gucke, dass ich jetzt jemanden in die Handtasche klaue. Und da war jetzt tatsächlich auch mehr Geld drin, als sie dachten. Deswegen würde ich auch gleich mehr einzahlen. Ganz genau. Ja, Gerda, dann können Sie sich auf unsere Webseite einloggen, ja? Kann ich jetzt die Zugang... Haben Sie schon eingeloggt, oder? Sind Sie schon mal eingeloggt, oder? Haben Sie jetzt die Zugangsdaten, Herr Gerda? Ich habe gemeint, die einmaliges Passwort und, äh, Benutzernahme ist Ihre E-Mail-Adresse. Soll ich eine E-Mail senden mit Zugangsdaten? Ja. Okay. Äh, können Sie mir noch einmal Ihre, äh, E-Mail-Adresse sagen? Äh, äh, paul.gerda, was kommt danach? Smdccfun.de Aha. Okay. Ganz kurz bitte. Ich werde gleich eine E-Mail senden. Das bekommen Sie von meiner Kollegin, von Frau Williams, ja? Ja. Äh, ganz kurz bitte. Und, äh, 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 alles Sham. sende ich Ihnen ein fertiges Link, okay? Und als Betreff schreibe ich einfach Link und sage ich Ihnen auch die einmalige Passwort, ja? Prima. Und können Sie sich einloggen. Habe ich gesendet über Profensivitäre Posteingang. Ja, schau mal, Moment. Paul Reinhardt hier von der BaFin. Wie kann ich behilflich sein? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Guten Tag, mein Name ist Felix Hansen, bin ein Kundeberater von Supportingabteilung von Onlinehandel. Alles gut bei Ihnen? Hör Karl, erschraubend Kumpel. Ja. Super, das freut mich. Ich möchte Ihnen kurz fragen, ob Sie Erfahrungen mit Onlinehandel haben. Haben Sie schlechte Erfahrungen oder gute Erfahrungen? Ja, gute Erfahrungen. Okay, super. Möchten Sie, wissen Sie, wie funktioniert Onlinehandel? Ja, ich gehe auf Amazon und bestelle da, was ich gerne haben möchte und gehe dann auf Bestellen. Und dann kommt das an. Okay. Okay, wann haben Sie Zeit später? Was soll ich anrufen Sie? Und ich erkläre über Onlinehandel. Jetzt habe ich zwei. Okay, ganz kurz. Ich verbinde mich mit einem Chef, okay? Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Markus Fabel. Mein Name ist Schaukelpimmel. Bitte? Mein Name ist Schaukelpimmel. Ah, Herr Schaukelpimmel, ja? Ja. Grüß Gott, wie geht es Ihnen heute? Ja, wenn ich ihn sehe. Super, das freut mich. Also, ich möchte Ihnen also etwas vorstellen, wenn Sie gerade Zeit haben. Ja. Also, es geht über eine automatische Software, da wir zur letzten Zeit also unsere Entwickler also entwickelt haben, ne? Also, diese automatische Software läuft voll von allein, okay? Weil diese automatische Software ist normalerweise durch einen Algorithmus entwickelt, damit das selber läuft, ne? Verstehen Sie mich? Ja, ja, das wurde entwickelt, damit er allein läuft, mit einem Algorithmus, mit einem Entwickler, ja? Genau. Sie werden es, also, schauen. Also, dieses Programm können Sie entweder auf Ihrem Handy oder auf Ihrem Laptop rechnen, ich weiß nicht, was Sie da haben. Also, installieren, einfach öffnen, das ist die, genau so wie eine App, so wie WhatsApp oder Facebook, einfach da ein Konto öffnen, anmelden und, äh, das Programm wird voll alleine arbeiten, okay? Und Sie werden die Profis und die Operationen sehen. Voll, voll alleine. Genau. Äh, ich weiß nicht, äh, wo sind Sie momentan so interessiert, mehr an welchem Markt? Hm, ist das eine Fangfrage? Bitte? Eine Fangfrage? Ich, äh, das ist nur eine andere Frage, weil, normalerweise heutzutage, es gibt, äh, verschiedene Märkte, so wie Forex, Kryptowährung, äh, Aktien, die ist ja nötig, ich weiß nicht, wo sind Sie mehr interessiert? Oder, wenn Sie mal sagen... Ja, auf welchem Markt sind Sie denn? Ich, äh, ehrlich zu sagen, äh, Kryptowährung bin ich mehr interessiert, und was macht man da denn genau bei euch in der Firma? Ist das dann Trading oder wie nennt man das? Ja, Trading, Trading, genau, Handeln. Ja, also, also CFD. CFD. Ja. Mhm, okay, super. Verstehe. Ähm, genau. Sind Sie gerade zu Hause? Hm, auf meinem Stühlchen sitze ich. Auf meinem Stühlchen. Haben Sie vielleicht ein, äh, Handy oder einen Rechner? Sowas hat er, ja. Bitte? Sowas hat er. Mhm. Damit ich Ihnen erstmal dieses Programm zeigen kann. Welches Programm? Diese automatische Software. Wie heißt die Software? Ich werde Ihnen das zeigen. Mhm. Können Sie, können Sie beim Google gehen? Nee, ist mir zu weit weg. Nach Kalifornien ist mir zu weit. Okay, können Sie beim, äh, Handy gehen? Mein Handy ist an meinem Ohr, da muss ich nicht hingehen. Äh, bitte? Mein Handy ist an meinem Ohr, da muss ich nicht hinlaufen. Ach so, Handy auf hier, hohe. Ja. Okay. Aber hören Sie mich, oder? Ja, deswegen habe ich ja das Handy am Ohr. Ach so. Ich dachte, Sie haben etwas, äh, anders. Ja. Auf hier Ohr. Wie telefonieren Sie denn mit einer Banane? Ich dachte, Sie haben, äh, mein Schwanz, aber jo, deswegen. Ah, okay. Was für ein Ding? Können wir weitermachen. Ja, bitte? Ja, was für ein Ding? Äh, äh, nochmal. Wie heißt denn die komische Software? Äh, das heißt, äh, können Sie schreiben? Ich kann schreiben, ja, und Sie? Ja, schreiben Sie bitte. Wohin denn? Also, xxavi. Moment, da muss ich mir erst einen Zettel holen. So, ich habe mir jetzt einen Zettel geholt. Was soll ich denn jetzt aufschreiben? Also, äh, xxavi. Also ein x. Ja. N wie Nordpol. Also ein n. Ja, n wie Nordpol. Hm. X, äh, wie xavi nochmal. Noch ein x, ja. Ja. Und nochmal ein x. Punkt.com. Und noch ein x und dann ein Punkt.com. Also gleich drei Buchstaben auf einmal aufschreiben. Und dann? Also, x, n, x, x. Drei, zweimal und komm. Und was soll ich damit machen? Einfach öffnen und gehen Sie da beim Suchen. Aber ich habe doch nur auf meinen Zettel geschrieben. Sie müssen das auf Ihr Handy oder auf Ihr Rechner schreiben. Nee, da schreibe ich nichts drauf. Dann ist ja das Gerät beschmutzt. Nein, nein, das ist doch nicht. Warum ist das beschmutzt? Was meinen Sie? Ja, wenn ich das auf den Rechner drauf schreibe, dann ist doch da, ist doch angemalt dann. Das wollen wir doch nicht. Was ist doch angemalt? Was meinen Sie, Herr, äh, äh, Mutterhaus? Nee. Herr Schaukelpimmel, Entschuldigung. Ja. Ja. Was ist doch, das ist doch die Programm? Was meinen Sie bitte? Möchten Sie dieses Programm haben oder nicht? Weiß ich nicht. Braucht man denn das Programm? Natürlich braucht man das. Ja. Wofür? Genau. Also, äh, schreiben Sie, schreiben Sie das bei Ihrem Handy oder auf Ihren Rechner. Und dann, äh, und dann schauen Sie das, ob das für Sie ist oder nicht. Ja, also meine Oma hat immer gesagt, ich soll nicht einfach auf fremde Links klicken. Also, äh, von Ihrem Nachname, also kann ich merken, dass Sie eine Familie, also so wie eine, äh, Art Familie sind, ne? Weiß ich nicht, wie man das am Namen merken kann, aber gut. Das ist so, genau wie eine, äh, so eine Artname. Das ist eine Artname, ja. Mhm. Oder? Nennt man auch Nachname. Bitte? Das nennt man auch Nachname. Ach so. Ja. Ich dachte, ich dachte am Anfang, dass Ihre Nachname ist Wichser oder nicht? Haben Sie irgendwie ein Problem? Nein, nein, es gibt kein Problem. Ja, und warum benehmen Sie sich denn so komisch? Ich habe nur gedacht, sind Sie, äh, schwul vielleicht? Haben Sie irgendwie eine Macke? Bitte? Haben Sie irgendeine psychische Störung? Nein, nein, sind Sie schwul? Ja, was geht denn Sie das an? Haben Sie irgendwie eine psychische Störung? Nein, nein, das ist nur eine einfache Frage. Aha. Sehen Sie oder nicht? Ja, wenn Sie nach Männer am Telefon suchen, dann sind Sie hier falsch. Ja, bitte? Ja, ich finde, Sie sollten Ihre Gelüste woanders frönen, aber nicht am Telefon. Ja, nicht mit Ihnen, nicht mit Ihnen, natürlich nicht. Ja, und dann unterlassen Sie bitte solche komischen Sachen. Weil, wissen Sie warum? Weil, äh, Sie sind so wie eine Schwanzlutscher, deswegen. So wie eine Wichser. Okay, und das erzählt mir der Onkel von so einer seriösen Trading Plattform, oder was? Was für eine seriöse, Sie sind doch nicht seriös. Schau mal, Ihre Nachname. Mhm. Oder Ihre E-Mail-Adresse. Ach, der unseriöse Typ am Telefon. Sie sind doch ein Wichser. Ja. Na ja, immerhin bin ich kein Betrüger. Hm, Sie sind doch eine kleine, eine kleine Schwertel. Ja? Genau. Oh. Ja, ja. Ich bin aber ungezogen. Hahaha. Hat der Wichser. Ja. Ja. Hallo. Hallo, ja, hallo. Schönen Tag, Herr Knutfrig, Knutfrig, oder einfach einmal Knutfrig? Ne, zweimal. Zwei, Markus. Also, okay. Äh, wir haben mit Ihnen heute schon kommuniziert, das ist Sabelina Schneider, aber Sie haben geschlafen. Ja. Deshalb rufe ich Sie wieder an. Also, äh, wissen Sie, ja, ich rufe Sie an, weil Sie Interesse gestern an unserem Projekt die Zeit haben und haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Stimmt das? Mhm. Super. So, ich bin Ihre persönliche Accounts-Managerin und ich rufe Sie an, um Ihnen alles zu erklären. Äh, zeigen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? In Handeln, in Krypto? Ne. Ja, also, keine Sorgen dabei, weil ich Ihnen alles erkläre. Ja, bei uns funktioniert es. Äh, wie bitte? Okay. Oh, okay. Äh, so sehen Sie. Wir haben keine Erfahrungen. In diesem Fall wird es besser, wenn Sie das zuerst mit unserem automatisierten System probieren. Ja, wie funktioniert unser System? Äh, es gibt unseren Roboter. So leicht zu sagen, kauft unser Roboter verschiedene Kryptowährungen, wie lege, auf einer Plattform. Und verkauft es gleichzeitig teurer auf einer Plattform. Und Sie verdienen mit der Preislieferung. Verstehen Sie das? Ja. Also, gut. So, äh, hier knusprig, knusprig. Wir können einfach zusammen Ihr Handelskonto aktivieren, damit Sie jeden Tag ein Profit auf Ihr Handelskonto bekommen können. Ähm, sagen Sie bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? 25 Euro. 200, 250 Euro? Ne, 25 Euro. Also, wissen Sie, wir haben drei Niveaus. Hä? Wir können mit zwei, äh, wir haben drei Niveaus. Sie können einfach Ihr Handelskonto mit Betrag 250, 500 oder 1000 Euro aktivieren. Aha. Und der Mindestbetrag ist 250 Euro. So möchten Sie das nur ausprobieren. Stimmt das? Mhm. Okay, so mit Mindestbetrag können Sie das einfach ausprobieren. Schauen wir, wie es funktioniert. Und wenn Ihnen passt, ja, werden wir weiter zusammen arbeiten. Falls nicht, ist das kein Problem. Sie können immer einen Schritt zurück machen und Ihr Geld zurückhaben. Äh, so können Sie das einfach mit Mindestbetrag aktivieren. Ja. 250 Euro. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie Visa oder Mastercard? Hm. Das habe ich. Äh, nein. Doch. Ich habe gefragt, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja. Äh, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja. Äh, muss ich genau wissen, Visa oder Mastercard, weil ich die einfach Ihren persönlichen Link erstellen muss, damit wir diese Aktivierung machen können. Ja. So Visa oder Mastercard? Ja. Können Sie sagen bitte, ob das Visa oder Mastercard ist? Was denn? Master. Was denn? Ich habe das nicht verstanden, was meinst du? Ich glaube nicht. Okay, äh, sehen Sie, wir haben verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, Verzeihungsmethoden, wie können wir Ihr Handelskonto aktivieren. Deshalb frage ich Ihnen, ob Sie Visa oder Mastercard haben. Ja. Sie können mir antworten, ich habe Visa oder Sie können sagen, ich habe Mastercard. Ja, ich habe Visa oder Mastercard. Sie haben beides? Ja. Okay, haben Sie Online-Banking? Natürlich. Und Sie? Na klar. Okay. Okay, in diesem... Okay, hier knüßig, knüßig. In diesem Fall können wir es so machen. Ja. Wir können das von Ihrer Seite probieren machen, mit Ihrer Visa oder Mastercard. Zeigen Sie bitte, haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nee. Ach so, na klar. Also sitzen Sie mit dem Handy oder mit dem Computer? Was? Sitzen Sie mit dem Handy oder mit dem Computer? Ich sitze auf dem Stuhl. Wirklich? Ja, auf dem Handy setze ich mich nicht drauf. Ich frage, ob Sie... Ich frage, ob Sie verwenden jetzt Handy oder haben Sie auch Computer? Jetzt telefonieren wir über das Handy. Auf dem Computer habe ich die Telefonie nicht eingereicht. Okay, und haben Sie... Haben Sie Computer auch? Sowas besitze ich, ja. Ja. Okay, einen Moment. Ja. Okay, in diesem Fall... In diesem Fall können wir es so machen. Zeigen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet... Hubschrauber-at-M-GSS-Fan.de? Ja oder nein? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Können Sie bitte näher zum Handy sprechen? Ja. Okay, ich schreibe Ihnen per E-Mail. Oder können wir das einfach so machen? Ich vorbereite Ihre persönliche Bandverbindung. Und wir können... Sagen Sie bitte, müssen Sie das mit der Visa Mastercard tätigen oder mit ganz normaler Geldüberweisung? Das ist mega high. Okay, okay. Probieren wir das mit der Visa Mastercard machen. Ja. Sagen Sie mir einfach noch einmal bitte, ob Ihre E-Mail-Adresse lautet... Gerald.hubschrauber. Aber Sie sind Sigmund Knustrig-Knustrig. Ja. Aber ich mag Gerald den Hubschrauber. Wie bitte? Aber ich mag Gerald den Hubschrauber. Okay. Können Sie mir bitte buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse? Nur so, wie Sie die vorgelesen haben. Also. Okay, in diesem Fall... Schreibe ich Ihnen per E-Mail? Ja. Alle mit kleinen Buchstaben? Das ist bei einer E-Mail-Adresse egal. Äh, welche Domains haben Sie? M-D-C-C-Fan.de? Ja. Was ist für eine E-Mail-Adresse? Genau, mein Internetanbieter. Okay. Okay. Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Ja. Jetzt sind Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr hören. Mhm. Haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Haben Sie nur diese E-Mail-Adresse? Ja. Ja. Okay, öffnen Sie bitte Ihren Posteingang. Mhm. Und schreiben Sie mir E-Mail. Ich buchstabiere jetzt für Sie meine E-Mail-Adresse. Warum? Damit ich das alles überprüfen kann, welche E-Mail-Adresse haben Sie. Na, die da steht. Ich habe Ihnen auf diese E-Mail-Adresse, die Sie hinterlassen haben, eine E-Mail gesendet. Ja. Ja, aber Sie haben gesagt, dass Sie das noch nicht bekommen haben. Richtig. In diesem Fall können Sie einfach mir eine E-Mail schreiben von Ihrer Seite. Und ich antworte Ihnen per E-Mail. Veröffentliche bitte E-Mail, Ihren Posteingang. Moment. Ich muss mich nochmal neu einlögen. Ja, eine neue E-Mail schreiben. Dann gehe ich jetzt auf Schreiben. Und ja, jetzt buchstabiere ich Sie für meine E-Mail-Adresse. So, alle mit kleinen Buchstaben. So. A wie Anton. Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse. B wie Bertha. A wie Emil. L wie Ludwig. I wie Ida. N wie Nordpol. A wie Anton. S wie Siegfried. A wie Tieser. A wie Harald. A wie Nortpol. A wie Emil. I wie Ida. A wie Dora. A wie Emil. A wie Richard. So, Abelina Schneider. Weiter sind Sifern. Eins. Mhm. Neun. Mhm. Noch einmal neun. Mhm. Sechs. Mhm. Dann geht es. Mhm. G-Mail.com G-Mail. Ja. G-Mail.com Ja. Was soll ich da reinschreiben? Schreiben Sie mir bitte Hallo und fänden Sie mir das. Ja. Habe ich gemacht Hallo und habe ich geschickt weg. Ich habe von Ihnen auch eine Nachricht bekommen mit Hallo. Jetzt überprüfe ich meine E-Mail. Weil Sie haben auch eine E-Mail mit Hallo geschrieben. Also Sie haben sie zu Abelina Schneider 1 996 at G-Mail.com Ja, ich habe bekommen mit Hallo per E-Mail in die Posteingang. Ich habe das noch nie bekommen. Äh, alle mit kleinen Buchstaben? Ja, aber ich habe, ne, das H ist groß. Dann kommt ein kleines A, ein kleines L, ein kleines L und ein kleines O. Steht hier drinnen fast Eingang. Okay, haben Sie sehen, der ist Abelina Schneider 1 996 at G-Mail.com Ja, aber ich habe das noch nicht bekommen. Aber ich habe das noch nicht bekommen. Wir haben ja nicht verstanden. Probieren Sie das noch einmal. Warum? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, wohin haben Sie das gesendet. Aber ich sehe, hallo. Wohin haben Sie das gesendet? Buchstabieren Sie mir bitte diesen Posteingang. Buchstabieren Sie bitte im Fendium. Ein großes H, ein kleines A. Nein, nein, nein. Kleines A, kleines B, kleines E. Nee, da steht drin ein großes H, ein kleines A, ein kleines L, ein kleines L und ein kleines O steht da drin. Also, ich habe verstanden. Wohin haben Sie das gesendet? Ja, aber er ist doch in meinem Posteingang. Wohin haben Sie das gesendet? Sagen Sie mir bitte den Empfänger. Empfänger, sagen Sie mir bitte, wohin haben Sie das gesendet? Gerald.hubschrauber.mdccf.de Empfänger bin ich. Empfänger bin ich. Ich bin der Empfänger. Sie müssen mich, Sie müssen mir da gesenden. Nee, aber Sie haben doch gesenden. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Na, aber habe ich doch schon. Aber Sie haben doch auch eine E-Mail geschickt. Sie haben, okay, antworten mir darauf. Aber ich habe doch schon bekommen. Antworten Sie bitte meine Nachrichten. Dann schreibe ich da Pups rein, ja. Bitte, wie Sie möchten. Es ist gesendet. Mhm. Ja. Ist alles okay bei Ihnen? Haben Sie einige Probleme? Nee. Nee? Also. Wieso? Ich habe nichts bekommen. Sie haben mir nichts geantwortet. Doch, habe ich. Ich muss schon mal gucken in den Spam. Probieren Sie das in den Spam gucken. Ich habe doch jetzt schon zweimal gesendet. Und ich habe Hallo schon bekommen. Wohin? Na, an... Wohin haben Sie gesendet? Na, an die Gmail-Adresse. Welche Mail-Adresse? Welche Gmail? Na, deine... Sagen Sie, einfach buchstabieren Sie mich bitte. Welche... Wo ist meine... Welche Mail-Adresse habe ich? Na, die komische Schneider. Komische Schneider? Was ist für ein komische Schneider? Na, habe ich doch da hingeschickt. Und ich habe auch schon ein E-Mail bekommen, wo drinsteht Hallo. Sie können einfach... So wissen Sie. Ja, knusig, knusig. Sie können einfach mir nichts antworten. Auf welche Mail-Adresse haben Sie das gesendet? Na, auf... Anna-Balinia-Schneider-1996-et-Gmail.com Ich habe nichts bekommen. Aber habe ich gesendet. Wenn der kaputt, dann nicht nichts für kann. Okay, in diesem Fall können wir es auch machen. Dann probieren Sie bitte zu meinem Kollegen das zu senden. Jetzt buchstabiere ich für Sie seine E-Mail-Adresse. So in Empfänger, alles klein geschrieben, ja? Na, aber hast du auch schon beim Spahn geguckt? Mhm. Na, hast du da reingeguckt beim Spahn? Ja? Oder nicht? Hallo? Ach so. Einen Moment. Na, was denn? Ich sehe, sie hat mir etwas gesendet. So, habe ich eine andere E-Mail-Adresse. Info-mdk-kfan.de Kann sein. Okay. So, sehen Sie, Sigmund, knusig, knusig. Na, so wie da steht. Das hat sich jetzt nicht geändert in der kurzen Zeit. Wie bitte? So wie da steht. Das hat sich nicht geändert. Also, okay. In diesem Fall sende ich jetzt Ihnen einen Link für Aktivierung Ihres Handelskontos mit Mindestensbetrag für 150 Euro. Ja. Einen Moment. Mhm. Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Sie müssen jetzt eine E-Mail von Abelina Schneider bekommen. Das ist, ich habe für Sie Ihren persönlichen Sinn für Verifizierung und Aktivierung Ihres Handelskontos gesendet. Per E-Mail? Per E-Mail. Ja. In den Spanordner oder in den anderen? Ich weiß nicht, wo haben Sie meine Nachrichten vorbekommen. Ach so. Dann muss ich mal gucken, in welchen Ordner. Gucken Sie das. Also, beim Spanen ist noch nicht. Aber das Spanen ist noch nicht so interessant. Muss das nicht im Span sein? Man kann ich das einfach nicht im Span, sondern im Posteingang. Ja, da gucke ich auch gleich mal. Ist das ganz schön kompliziert? Nein, das ist nicht kompliziert. Einfach so etwas mit E-Mail-Adresse. Ich habe Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse geantwortet. Ist noch nicht da. Muss sein. Überprüfen Sie das noch einmal. Ja, ich aktualisiere noch einmal. Info at ma mdcc2.d. Ne, ist noch nicht da. E-Mail-Adresse. Das ist irgendwie kaputt. Da kommt nichts. Also, da kommen andere Sachen. Ich habe da gerade das Bild von einer nackige Frau bekommen. Also, geht mal. Ich habe das zweimal gesendet. Das Bild? Ich habe das zweimal gesendet. Noch einmal. Wieder. Ich habe Ihnen das noch einmal jetzt gesendet. Ich gehe noch mal gucken. Moment. Wo können Sie das noch einmal bitte? Oder werden Sie das auch im Span sehen? Ach, jetzt sind zwei gekommen. Da steht an Sigmund knusprig knusprig. Und dann habe ich noch eine E-Mail. Da steht auch an Sigmund knusprig knusprig. An welche soll ich draufdrücken? Das ist egal. Das ist egal. Auf jetzt. Habe ich gemacht. Okay, klicken Sie auf diesen Link. Personal Data. Was heißt denn das? Hallo? Personal Data sehen Sie, ja? Ja, was ist denn das? Schreiben Sie bitte hier Your Name hier, sehen Sie. Das ist Ihr Vorname und Nachname. Da steht aber schon ein Name drin. Haben Sie das schon geschrieben? Nein, nein, nein. Sie schreiben das hier, Ihr Name. Ja, aber Ihr Vorname und... Da steht schon einer drin, da war einer. Das ist ein Beispiel. Na, klicken Sie darauf und schreiben Sie Ihren Namen. Aber der steht immer noch drin. Ihren. Noch einmal. Das ist einfach ein Beispiel, das Sie hier schreiben müssen. Das ist nicht... Sie schreiben hier einfach Vorname und Nachname. Das ist egal, was steht dort. Aber nicht, dass der John noch böse ist, wenn ich da seine Sachen überschreibe. Schreiben Sie bitte Ihren Vorname und Nachname hier. Warte. Ich muss denn... Also da... Aber ich will doch keinem was wegnehmen. Wenn Sie Ihren Vorname und Nachname schreiben, wird dieser John Doan nicht. Das ist ein Beispiel. Beispiel. Wenn Sie Ihren Vorname und Nachname schreiben, ist das... Ähm... Ähm... Das geht weg. Weil... Hier... Hier... Also nehme ich den nicht weg. Schreiben Sie bitte Ihren Vorname und Nachname, bitte. Okay. Aber nicht, dass der nachher böse ist, der John. Was... Was ist so ein Problem haben Sie? Nein, ich will nicht, dass der John nachher verärgert ist. Noch einmal. Ja. Sie schreiben hier... Sehen Sie, Personaldaten. Your Name. In your name, das ist Ihr... Das ist Ihr Name. Ja. Wir schreiben hier Ihr Vorname und Nachname. Machen Sie das bitte. Ja. Aber ich habe dann noch eine Frage. Ja. Aber der ist nicht böse, der John, wenn ich den überschreibe, ne? Wie bitte? Da steht ja schon einer drin. Ich will ja nicht drängeln. Nicht, dass der erst fertig machen muss. Aber wenn Sie nicht verstanden, was meinen Sie darauf? Na, da steht ja ein John drin. Nicht, dass ich jetzt warten muss, weil der John noch dran ist. Ich will ja nicht vordrängeln. Segen Sie bitte, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Na, dass da gerade ein John noch am Ausfüllen ist. Der braucht scheinbar ein bisschen länger. Füllen Sie das aus, dieses Formular. Schreiben Sie bitte Ihr Vorname und Nachname. Weiter geht es, Ihr E-Mail-Adresse. Sie schreiben weiter, Ihr E-Mail-Adresse. Machen Sie das bitte jetzt. Okay, aber da kriege ich jetzt keinen Ärger mit irgendjemandem, ne? Was? Na, ich meine, dass ich mich nicht vordrängel, weil da ist doch der John schon dabei. Da steht doch schon der Name von John drin. Nein, ich frage ja nur, nicht, dass es da Ärger gibt. Das ist Beispiel. Beispiel. John, da. Beispiel, einfach, damit Sie verstehen. Achso, ich dachte, da ist jetzt schon einer dabei, den ich jetzt irgendwie unterbreche. Schreiben Sie das bitte hier, Name. Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie seriös sind, Sie müssen Ihr Handelskonto aktivieren, damit ich Ihnen helfe. Schreiben Sie ja Vorname und Nachname. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss zu anderen Kunden telefonieren und Ihnen helfen. Ja. Ja. Dann schreibe ich da jetzt einfach meine Sachen rein, ja? Schreiben Sie ja Vorname und Nachname in Your Name. Okay, habe ich gemacht. Weiterschreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ihre E-Mail-Adresse lautet, ich kann das wie Sie das buchstabieren, info.atmdccf.com.de. Ja. Okay, weiter. Aber ich glaube, dass irgendwas kaputt ist. Weiter sehen Sie, was ist kaputt? Das steht Payment Detail. Das kann ich schlecht lesen. Das ist irgendeine andere Sprache. Kann man das nicht auf Deutsch stellen? Amount oder Currency. Was sind das für Wörter? Wenn Sie, haben Sie Ihren Vorname und Nachname geschrieben? Ja. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse geschrieben? Ja. Dann geht Amount. Das ist Betrag. Sie möchten das mit 250 Euro probieren. Schreiben Sie bitte. Tippen Sie. 2, 5, 0. Ja. Und Currency ist schon gewählt. Euro. Dann klicken Sie auf Next Step. Haben Sie darauf geklickt? Ja. Was sehen Sie weiter? Da ist eine Kuh bei Ihnen im Hintergrund? Ich habe so eine Kuhglocke gehört. Was? Haben Sie auf Next Step geklickt? Ja. Was sehen Sie weiter? Jetzt steht hier noch mehr auf Ausländisch. Ich kann nicht so gut Ausländisch. Können Sie bitte lesen, was sehen Sie dort? Nein, da steht Payment Data. Und dann kommt Payment... Und dann irgendwas mit Numbar. Mhm. Payment Data. Hier machen Sie eine Verifizierung von Ihrer Seite. Sie haben gesagt, dass Sie Masterkarte und Visa-Karte haben. Ja. Sie können das probieren mit Ihrer Visa oder mit Ihrer Mastercard. Schreiben Sie bitte hier. So geben Sie Ihre Daten ein. Hab ich gemacht. Ich sehe, was haben Sie gemacht? Da steht Prozesting. Jetzt steht da, soll Firefox diese Kreditkarte speichern. Kreditkartenprüfnummer wird gespeichert. Zu speichernde Kreditkarte. Sie können das nicht klicken. Sie müssen das nicht speichern. Haben Sie Kartendaten angegeben? Ja. Und haben Sie auf Paynau geklickt? Ja. Und jetzt kommt da so eine Frau mit einem Luftballon. Bestätigen Sie das von Ihrer Seite auf Ihr Handy? Bekommen Sie anscheinend jetzt eine SMS-Nachricht. Sehen Sie diese Bestätigung? Nee. Bei Ihrem Handy? Schalten Sie Ihr Lautsprecher ein? Das hat keinen Lautsprecher. Sie sprechen jetzt mit Ihnen. Kennen Sie Ihr Lautsprecher abschalten? Nee. Wenn Sie auch... Machen Sie das? Sie können das machen. Alle können das machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab das noch nicht gebraucht. Was sehen Sie auf dem Bildschirm? Na, ein Mann mit einem Luftballon. Oder eine Frau. Was sehen Sie auf dem Bildschirm auf dem Computer? Na, eine Frau mit Luftballon. Können Sie bitte mir lesen, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Soll ich das alles vorlesen, was da auf dem Bildschirm steht? Noch einmal? Soll ich das alles vorlesen, was da auf dem Bildschirm steht? Sagen Sie mir einfach bitte, ob diese Transaktion abgebucht wurde oder was sehen Sie über diese Transaktion? Da steht... Da steht... Okay, in diesem Fall können wir es so machen. Ich kann diese Transaktion von unserer Seite tätigen. Ich sende einfach eine Nachricht zu Ihrer Bank. Sagen Sie bitte, haben Sie das mit Ihrer Mastercard oder Visa-Karte getätigt? Das war die mit dem M. Mastercard? Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, die erste Tiefel von Ihrer Mastercard ist 4 oder 5? Eine Mastercard fängt doch immer mit einer 5 an. Okay, und weiter? Was denn? Es ist nur eine erste Zahl. Gibt noch nicht zwei erste Zahlen. Erste Tiefel ist 5. Und weiter? Achso, ich soll die anderen Zahlen auch noch sagen. Weil sie sagt, ich soll nur die erste sagen. Sehen Sie, ich sende einfach jetzt eine Nachricht zu Ihrer Bank. Und Ihrer Bank verarbeitet diese Transaktion. Sie bekommen eine SMS-Bestätigung auf Ihr Handy. Sie mit Betrag für 220 Euro Ihr Handelskonto aktivieren möchten. Sie haben das von Ihrer Seite probiert. Something went wrong. Etwas ist schick gelaufen. Jetzt machen wir das von unserer Seite. Sie haben gesagt, dass die erste Tiefel von Mastercard ist 5 und weiter. Sie reden so schnell, das verstehe ich doch gar nicht. Okay, noch einmal. Jetzt sende ich eine Nachricht zu Ihrer Bank. Sagen Sie bitte, welche Bank verwenden Sie von Mastercard? Achso, das weiß ich doch auch nicht, wie die heißt. Aber die zweite Zahl ist nur 2. 5, 2? Ja. Weiter? Eine 1. Weiter? Dann kommt eine 3. 5, 2, 1, 3. Die erste Tiefel, stimmt? 5, 2, 1, 3, ja. Okay, weiter? Die nächste, ja? Das ist dann eine 0. 9? Nee, eine 0. 0, okay, weiter. Ja. Dann kommt eine 2. Weiter? Die nächste Zahl schon? Ja. Ich muss diese Information zur Warnwende. Achso, dann kommt da noch eine 2. Mhm, weiter. Äh, dann eine 5. 5, 2, 1, 3. 0, 2, 2, 5. Also 5, 2, 1, 3, 0. 2, 2, 5, 3. Weiter? Ähm, dann kommt noch eine 3. Weiter. Haben Sie die 3? Bei 3 habe ich geschrieben. Weiter? Ja. Dann kommt eine 2. Weiter. Mhm. Nein, der 2. Moment. Das ist eine 1, glaube ich. Wissen Sie das nicht? Doch, aber meine Brille war gerade verrutscht. Sie können Ihre Mastercard nehmen und mir das verlassen. Ja, habe ich gemacht. Okay, so. Noch einmal. Ihre Mastercard. Mastercard 5, 2, 1, 3. 0, 2, 2, 5. 3, 3, 2, 1. Und weiter? Moment, das war zu schnell. Also die Nummer fängt mit einer 5 an. Dann kommt eine 2. Eine 1. Eine 3. Eine 2. Nee. Nach der 3 kommt... Moment, 0. Ja. Kommt eine 0 nach der 3. Und dann kommt eine 2, 2. Und dann eine 5, 3, 3, 2, 1, 8, 3, 7, 2. Okay. Ihr Mastercard lautet 5, 2, 1, 3. 0, 2, 2, 5. 3, 3, 2, 1. 8, 3, 7, 2. Nee. Okay. Da ist was falsch. Wo ist ein Fälle? Das ist die 5, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 1, 8, 3, 7, 2. Ich habe das gesagt. Ja? Okay. Okay. Sagen Sie bitte Ihr Ablaufdatum, Monat und Jahr. Das weiß ich noch nicht. Das ist von Ihrer Karte. Ach so, Sie meinen das von der Karte, weil Sie gesagt haben, ich soll mein Ablaufdatum sagen. Das kann ich doch vorher nicht wissen, wenn mir die Zeit zu Ende ist. Nehmen Sie bitte Ihr Mastercard und sagen Sie mir bitte Ihr Ablaufdatum. Wo steht denn das? Das ist Monat und Jahr einfach. Wo genau findet man das auf der Karte? Ich habe das noch nicht gebraucht. Wenn Sie, okay, Sie haben das von Ihrer Seite auf dieser Plattform probiert gemacht, ja? Gehen Sie zurück und dort, wir haben das anscheinend gespeichert, Ihre Karte. Sagen Sie bitte einfach Ihr Ablaufdatum. Ach, das war Pfeilsdatum, meinen Sie. Ach so, ja. Das ist dann die 0 März und dann 24. 0 3 24. Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Die CVV? Nein, nein, nein. Sie brauchen ja digitales Unterschied von der Rückseite. Ja, irgendwie die Unterschrift. Wie meinen Sie das denn? Die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Also die CVV? Nein, nein, nein. Sehen Sie, ich brauche einfach hier digitales Unterschrift. Wie geht denn das? Ich sende diese Nachricht zu Ihrer Bank und die Bank verarbeitet diese Transaktion, damit sie das aktivieren können. Ach so, aber im Moment ist meine Bank noch in der Mittagspause. Die sind erst um 13 Uhr wieder da. Wissen Sie, wir machen das von unserer Seite und das ist automatisch, wird eine Nachricht von Ihrer Bank. Sie bekommen eine SMS-Bestätigung auf Ihrem Handy. Das ist egal, ob Sie jetzt Mittagspause haben oder nein. Ach so, weil Sie sagten, Sie schicken der Bank eine Nachricht, aber wenn Sie der Bank eine Nachricht schicken, die sind erst um 13 Uhr wieder da. Das wird automatisch von unserer Seite. Nein, Sie haben mir sogar nicht gesagt, welche Bank verwenden Sie, aber Sie wissen, wann haben Sie Mittagspause. Ja. Das ist mir seltsam. Nöcher weiß ja den Namen von der Bank. Die heißt ja so ganz komisch. Okay, äh, wenn Sie, ich sende Sie jetzt nachricht zum, äh, Ihr Bank, ja. Ich muss einfach das zum Ende machen. Okay. Schicken Sie mir bitte die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Wie viele Stellen hat die? Die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Mastercard. Ach so. Oh, also Sie meinen dann die CVV-Nummer? Das ist nicht CVV. Das digitale Sintensiv brauche ich einfach. Dreistellige Nummer. Na, aber da steht ja nur CVV als dreistellige Nummer. Ich weiß nicht, was geht mit CVV oder mit dreistelliger Nummer, ja. Und ich brauche diese digitale Sintensiv. Die dreistellige Nummer. Sagen Sie mir bitte erste Ziffern ist. Na, von der CVV-Nummer ist die erste Zahl eine 6. Weiter. Eine 3. Weiter. Eine 3. 633, stimmt? Das ist die CVV-Nummer, ja. Mhm, aha. Okay, habe ich verstanden. Sagen Sie bitte, wo wohnen Sie? Wohnen Sie in Deutschland? Nee. Wo wohnen Sie? In Absurdistan. Wo wohnen Sie? Wo ist das? In Absurdistan. Können Sie bitte Postleitzahl sagen? Die Postleitzahl von Absurdistan, oder wie? Ja, ja. Genau. Es ist die 12055. Also, wissen Sie, dass es einfach Berlin ist? Nee, Neukölln. Köln? Neukölln. Einen Moment. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, junge Frau. Ähm, Neukölln. Berlin, Neukölln. Ja. Okay, einen Moment. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Ist nicht schlimm, wenn Sie ein bisschen länger brauchen. Sagen Sie bitte, welche Straße wohnen Sie? In der... Ach. Jetzt muss ich überlegen. Wissen Sie nicht, wo wohnen Sie? Doch. Ich glaube schon... Die Hausnummer ist 77. Mhm. Und Straße? Ich glaube, das war irgendwas mit B am Anfang. Aber ich war ja schon lange nicht mehr draußen. Ich habe den Namen vergessen, weil ich war schon so lange nicht mehr draußen. Wissen Sie, ich habe... Ich musste mal, da wo die Geschäfte draußen alle zugemacht haben, das war im Jahre 2020. Da hat man gesagt, ich soll in der Wohnung bleiben. Aber es hat nie wieder einer gesagt, dass ich wieder rauskommen darf. Und jetzt bin ich hier schon so lange alleine. Okay, einen Moment. Ja. Also, Moment, ähm... Postleitzahl ist 12 055 Deutschland, Berlin, ja. Warum singen Sie jetzt mit einer anderen Stimme? Also, ich bin Finanzberaterin. Frau Schneider hat mir gesagt, dass sie nicht ihre Straße finden kann. Warum arbeitet die nicht ordentlich? Moment. Ja. Also, möchten Sie weiter mit Frau Schneider das besprechen, oder? Nee, die war unhöflich. Die hat mich die ganze Zeit beleidigt. Ach so. Alles klar. Keine... Und sagen Sie mir bitte, Sie sind unser neuer Kunde, ja? Ich verstehe. Ja. Also, und Sie wollen bei uns Konto aktivieren, und Sie war also nicht so nötig, ich verstehe, oder was? Ja, die hat mich beleidigt. Äh... Entschuldigen Sie uns bitte, ja? Alle unsere Gespräche sind gespeichert, ja? Ja, also ich, nach diesem Besprech, äh, werde ich diese, ähm, Nachricht, also diesen Anruf zu unserem Revisierungsabteilung schicken, ja? Damit wir das alles, äh, also oder Frau Schneider bekommt einfach, äh, Straf ungefähr, also drei oder, äh, 100 Euro, ja? Ja, wegen so einer Situation, aber zuerst müssen wir, also dieses Besprech hören bis Ende, ja? Ja, das ist gut. Kommt die denn ins Gefängnis? Wie bitte? Kommt die denn ins Gefängnis? Also, ich hab nicht verstanden. Na, die Frau Schneider, die war ja unhöflich. Ja, also schauen Sie mal, ich kann nicht hier sagen, weil ich habe dieses Gespräch nicht gehört, ja? Aber ich sage Ihnen, dass alle unsere Gespräche sind ausgezeichnet. Ja. Deshalb, also, äh, werde ich einfach nach, äh, nach unserem Gespräch dieses Anruf, äh, dieses Telefonat zu unserem Verifizierungsabteilung schicken, ja? Und also dann werden wir entscheiden, Entschuldigung für so eine Situation, wir geben Ihnen, äh, zusätzlich, äh, 100, ähm, Euro Bonus, ja? Damit, also, für, damit Sie, äh, so eine Situation einfach, ja, na klar, vergessen Sie das nicht, aber ich hoffe, ja, äh, äh, Sie werden mit Frau Schneider jetzt weiter nicht arbeiten, sondern nur mit mir, gut? Oh, das ist schön, ja. Okay, okay. Ähm, sagen Sie mir dann bitte, also Sie wollen Ihr Konto, äh, mit, äh, Mindestensbetrag aktivieren, ja? Mit 250. Mit so wenig bloß? Wenig geht es nicht, nur mit 250. Na, ich wollte ja eigentlich viel mehr. Wie bitte? Ich sage, ich wollte eigentlich viel mehr Geld geben. Ach so, äh, mit wie viel möchten Sie dann anfangen? Na, wenigstens 1000 Euro, hatte ich ja gesagt, die ganze Zeit. Okay. Dann sagen Sie mir bitte, Sie möchten das mit, ähm, Kreditkarte, ja, machen, mit Mastercard? Ja, ja, genau. Äh, okay. Dann, Moment. Ich überprüfe jetzt das in unserem System. Ja. Und sagen Sie mir bitte, Sie haben deutsche Staatsangehörigkeit, ja? Natürlich. Ach so, okay. Dann, äh, machen wir es weiter. Sagen Sie mir noch bitte Ihr Geburtstagdatum. Mein Geburtstagdatum? Na, Geburtstagdatum, ja. Also das Ganze. Ja? Wie bitte? Ja, ich höre. Ja, das ist der 17.07. Mhm. Haben Sie? Ja, 17.07. Ja. 1942. 42? Ja. Ach so. Ich dachte, Sie sind ja ein bisschen junger, ja, aber weil Sie haben einfach so eine Stimme. Aber das ist sehr schön. Gut. Dann möchten Sie das mit, ähm, 1000 Euro aktivieren, ja? Ja, wenn mehr geht, dann nehme ich auch mehr, aber das habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Mhm. Okay, versuchen wir das ja so. Ja, dann schauen wir mal. Äh, sagen Sie mal bitte. Mh, Postleitzeit 12.055, Deutschland, äh, Neukölln und Straße ist? Das ist die Braunschweiger Straße 77, habe ich ja gesagt. Mhm. Ähm. Moment, 77. Mhm. Äh, ja, habe ich gefunden. Dann, Moment bitte. Braunschweiger Straße 77. Ja, ja, habe ich das gefunden. Äh, sagen Sie mal, Herr, ähm, Knusprig, ja, ist es richtig, Ihre Nachname? Knusprig, Knusprig. Ach so, Knusprig, Knusprig. Ja. Ähm, ist es richtig, Ihre Nachname, stimmt das? Knusprig, Knusprig, ja. Okay, dann sagen Sie mal bitte, jetzt aktivieren wir Ihr Konto mit 1000 Euro mit Ihrem Mastercard mit letzten vier Ziffern, 8, 3, 7, 2, stimmen Sie zu? Hm, die Nummer ist ja falsch. Die letzten vier Ziffern sind die 3, 8, 7, 6. Moment, sagen Sie mir noch bitte, äh, wieder Ihre Kartennummer. Die ganze? Ja, na klar, ich überprüfe das alles. Ach, dann brauche ich nochmal meine Brille. Mhm. Ach, jetzt habe ich mich draufgesetzt. Moment. Okay, bin ich da? So, jetzt habe ich, ja, ist jetzt ein bisschen schieb, aber wird schon gehen. So, die ganze Nummer? Mhm. 5, 1, 6, 1, 0, äh, warten wir, es ist eine 6, dann kommt eine 4, eine 0. Moment, Herr Knusprig, Sie haben früher eine andere Nummer gesagt. Nee. Ja. Nee. Ich soll auch meine Nummer vorlesen. Ja, lesen Sie bitte Ihre Kartennummer wieder. Nochmal? Ja. Okay. Das ist dann die 5, 1, dann die, eine, eine 6, dann, dann eine 1. 5, 1, 6? Ja, dann kommt eine, eine 1, eine, eine 0 ist das. Dann kommt da nochmal eine 6, eine 4, 0, 9, 4, 8. Moment. 5, 1, 6, 1, 0. Wo sind Sie jetzt? 5, 1, 6, 1, 0. Ähm, ach so, dann die 6, 4, 0, 9, 4, 8, 5, 3, 8, sind 6. Haben Sie die Nummer jetzt komplett? Ich hab so schlechte Augen. 5, 1, 6, 1, ja? Ja, genau das, das haben Sie gut gemacht, ja. 0, 6, 4, 0, ja? Äh, Moment. 0, 6, 4, 0, ja, genau. Weiter. Soll ich jetzt wieder vorlesen? Ja, ja, sagen Sie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich hab doch so schlechte Augen. Ich muss mal doch mal gucken. Warten Sie, das ist die 5, 1, 6, eine 1. Dann kommt eine, ich glaube, das ist eine 0, denn das muss eine 6 sein, da oben ist offen. Dann haben wir eine 4, eine 0, glaube ich, eine 9, eine 4 und dann, ich erkenne das so schlecht. Dann kommt die 8, 5, 3, 8, 7, 6. Haben Sie? Moment. Dann kommt, ja. Hallo? Ist da noch einer? Sagen Sie mal bitte, ja, Sie haben uns zwei Karten gegeben. Eine ist chinesische und zweite ist von Amerika. Nee, ich hab Ihnen doch nur eine Nummer gegeben. Nein, zu Frau Schneider haben Sie eine andere Nummer gegeben. Nun hat die Frau Schneider vielleicht was falsch ausgeschrieben. Okay, wovon haben Sie amerikanische Karten dann? Die hab ich mal geklaut, das ist schon eine Weile her. Ach so. Okay, dann Herr Knusprig-Knusprig. Wir arbeiten nicht mit Leuten, die Karten zählen, ja? Warum? Aber ihr bedrückt doch die Leute, du kleines Hochdienst. Eine Stunde Zeit verblämpft. Also danke sehr, Herr Knusprig, für so ein eingenehmes Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüssi. Ja, hallo. Hallo, hallo. Rede ich mit Homes Exuel? Ja. Hallo, Herr Exuel. Ich grüße Sie. Ich heiße Christian Herrmann. Ich bin ein angestellter Account Manager bei der Handlungsplattform von Trade Union. Sie haben sich vor unserer vorigen Zeit, gerade eben, denke ich, auf unserer Webseite angemeldet. Und Sie haben ein Interesse für Investing und Trading gezeigt. Ist das richtig? Ja, kann sein, ja. Ja, okay, kann sein, wunderbar. Also Sie waren, bei mir steht an, dass Sie sich hier frisch angemeldet haben. Bei Oil Profits.de. Haben Sie dort ein bisschen vielleicht gelesen? Haben Sie vielleicht irgendwelche Infos über unsere Handlungsplattform gefunden? Und generell interessiert Ihnen generell heutzutage das Thema Investing und Trading? Und das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. Ja, also, okay, Sie können ja halt einfach anfangen zu erzählen, wie sind Sie überhaupt dann auf die Webseite gestoßen? Ja, über Facebook. Aha, Sie sind durch Facebook gestoßen. Okay, interessant. Und welche Infos haben Sie dann mitbekommen auf die Facebook-Seite? Na, was bei Facebook jetzt stand. Also generell, welche Infos haben Sie dann gelesen? Ja, dass es da mit Trading ist und Kryptowährung und so. Ja, genau. Ich dachte, ich gucke mal. Okay, und haben Sie dort irgendwas über die Minimalbeträge vielleicht gelesen, mit denen wir hier in unserer Handlungsplattform arbeiten? Okay. Okay, da kann ich Ihnen, haben Sie jetzt, ich schätze, Sie haben jetzt auch ein bisschen Zeit zu sprechen, ne? Für Sie, kann ich Ihnen auch gerne erzählen. Also, wie gesagt, unsere Handlungsplattform heißt Trade Union. Und eine ganz schnelle Frage kommt auf diesen Moment. Haben Sie schon vorherige Erfahrungen bei Investing und Trading oder ist das Ihr erstes Mal? Nö, ist das erste Mal. Okay, erstes Mal, wunderbar. Interessant. Und ja, unser Handlungsplattform ist MyTrade Union. Und eigentlich ist es überhaupt kein Thema, dass Sie keine vorherige Erfahrung bei Investing haben, weil wir gehen, eigentlich, ich kann Ihnen jetzt auch eine Statistik sagen, fast 90 Prozent von unseren Kunden sind genau solche Kunden wie Sie, sind Neulinge bei diesem Bereich, haben keine vorherige Erfahrung bei Investing und Trading. Und wir bieten genau für solche Kunden eine Möglichkeit, bei uns mit einer licensierte und bereits erfahrenden Finanzberater zu arbeiten. Ich gehe davon aus, Sie haben auch nicht auf die Webseite gesehen, dass so eine Möglichkeit bei uns entsteht oder haben Sie schon das gelesen? Nö, die ist weggegangen, die Webseite, da gab aber auch irgendwas mit. Okay, dann kann ich Ihnen das auch gerne erklären. Also schauen Sie. Also was bedeutet das überhaupt, mit einer Finanzberater zu arbeiten und wie bekommen Sie dann den Zugang, dass Sie mit so einer Angestellten, Broker arbeiten überhaupt? Also der Minimalbetrag, kann ich Ihnen jetzt direkt sagen, liegt bei uns und das ist 250 Euro. Das hätten Sie ein bisschen auch weiter gelesen auf die Webseite, hätten Sie das definitiv gefunden. Also 250 Euro ist der Minimalbetrag, bei dem wir hier arbeiten. Also das bedeutet, falls Sie bei uns eine Kundschaft bekommen wollen, bei unserer Handlungsplattform, dann müssen Sie diesen Minimalbetrag auf Ihre Handlungskonto zuweisen. Diese Handlungskonto steht natürlich unter Ihrem Namen und Sie haben jederzeit Zugang zu Ihrem Handlungskonto und natürlich Ihrem Geld. Danach würden Sie innerhalb von den nächsten 24 Stunden nach der Aktivation von Ihrem Handlungskonto kontaktiert von einem Finanzberater. Der Finanzberater wird dann mit Ihnen sprechen, der wird Ihre Handlungskonto zu Ende aufstellen und direkt vor Ihrer Augen mit Ihnen aufs Telefon anfangen, auf Ihr Handlungskonto ein paar Positionen auf dem Markt zu kaufen. Und entweder sind das verschiedene Kryptowährungen, vielleicht gibt es auch die Börse, Aktien kaufen, aber das ist alles abhängig davon, was für eine tägliche Analyse der Finanzberater dann macht. Und dann fängt an Ihre sozusagen drei Wochen Testzeit bei uns auf dem Handlungsplattform. Sie können während dieser Zeit einfach unsere Bedingungen testen, ob das wirklich irgendwas für Ihnen ist, ob Ihnen die Geschäftsbedingungen gefallen, ob Sie zufrieden sind mit der Dienstleistung, die wir hier anbieten und dann können Sie ja halt entscheiden, ob Sie wirklich dann weiterarbeiten wollen oder ob Sie Ihre Handlungskonto stornieren wollen. Wenn Sie die Entscheidung treffen, dass es doch nicht für Ihnen ist, Ihre Handlungskonto wie gesagt wird storniert, Ihre Dateien würden gelöst und Ihr Initialbetrag wird zurück überwiesen. Genauso wie 90% von Ihrem Gewinn. Das ist auch wichtig dabei zu wissen ist, der Finanzberater ist ja halt keine kostenlose Geschäftsbedingungen, also im Sinne von, Sie müssen hierbei keine, wie kann ich das erklären, Sie müssen keine Fixkosten bezahlen, im Sinne von Sie müssen nicht jeden Monat irgendwelchen Betrags erreichen, damit der Finanzberater mit Ihnen weiterarbeitet. Der Betrag, was der Finanzberater bekommt, ist ein Teil von dem Gewinn, der er auf Ihre Handlungskonto erwirtschaftet. Ist das für Ihnen klar? Ja, und der bekommt 10%. Also sagen wir theoretisch, er wirtschaftet 1000 Euro, 1000 Euro auf Ihre Handlungskonto, dann bekommt er 100 Euro und Sie bekommen die restlichen 900. Ja, also das hier sind die Geschäftsbedingungen von unserer Handlungsplattform. Haben Sie jetzt irgendwelche Fragen? Nee, was muss ich denn jetzt machen? Also schauen Sie. Ich würde Ihnen gerne auch persönlich kontaktieren. Dann ist das in Ordnung, wenn ich Sie vielleicht per WhatsApp schreibe oder auch per E-Mail geht das auch. Ich kann Ihnen einen Link zu unserer Webseite schicken und Sie können auch auf unserer Webseite anschauen. Dort stehen auch alle möglichen Informationen und natürlich auch unser Handlungsplattform ist dort auch zur Verfügung. Ja, ich bin jetzt auf Ihrer Webseite drauf. Aha. Sie sind auf der Seite von Trade Union, verstehe ich gerade richtig? Also unsere Webseite heißt Trade Union und Sie sind wahrscheinlich dann auf oilprofits.de. Oilprofits.de ist eine sozusagen Partnerfirma oder Partnergesellschaft von unserer Handlungsplattform. Sie reklamieren halt unsere Werbungen von unserer Handlungsplattform, verstehen Sie? Können Sie die Seite, Moment, wie heißt es? Killian Invest? Sagen Sie noch mal? Killian Invest. Ja, das ist auch einfach eine Plattform, die unsere Webseite reklamiert. Achso, die gehören zu Ihnen? Also die gehören nicht zu uns, die sind einfach eine Partnergesellschaft von uns. Achso. Also unser Partner im Prinzip. Eine schnelle Frage. Sie haben unter dieser Nummer kein WhatsApp, verstehe ich gerade richtig? Mhm. Kann ich Ihnen dann per E-Mail schreiben? Ja. Ja, was ist dann Ihre? Ihre E-Mail ist dann homersxuel.outlook.de, richtig? Ja. Ja, okay, wunderbar. Dann bin ich gerade dabei, Ihnen eine E-Mail zu schreiben. Währenddessen frage ich nach, seit wann haben Sie dann überhaupt diese Interesse für Investing und Trading? Oder ist es so, ganz spontan haben Sie sich entschieden, auf unsere Webseite zu gehen? Ja, hatte ich gerade eben erst Bock, so. Okay, verstehe ich. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich muss aus gesetzlichen Gründen auch nachfragen, wie alt Sie sind, weil wir dürfen auch nicht Minderjährige arbeiten. Ja, 29. Aha, Sie sind 20. 29. Ah, 29, okay, jetzt verstehe ich. Sie haben einfach eine junge Stimme, ich habe mich einfach ein bisschen gewundert. Ich bin gerade dabei, Ihre Handlungskonto, also Ihre Dateien aufzustellen. Sie müssen einfach einen kurzen Moment Geduld haben. Darf ich fragen, haben Sie vielleicht auch Bekannten, die das alles machen? Im Sinne von, manchmal habe ich Kunden, die auch sozusagen, wie kann ich das erklären, die von ihren Bekannten empfohlen wurden, eine Handlungskonto zu eröffnen bei uns. Wir haben das auch relativ oft, aber ich gehe davon aus, sie haben einfach sehr zufällig drauf gestoßen. Ja, okay, verstehe ich. Aha, Moment. Moment, ich schreibe dann unser Thema Trade Union Sign-In. Okay, Moment. Ich habe Ihnen jetzt die Zugangsdaten geschickt per E-Mail, Sie können sich das auch gerne anschauen. Um welchem Bereich arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ist das so ein Bereich, der auch irgendwas mit dem Finanzbereich zu tun hat oder arbeitet Sie in komplett anderen Bereichen? Ja, ist ein anderer Bereich. Aha, um welchem Bereich, wenn ich fragen darf? Betrug. Das Hörspiel ist leider zu Ende. Wenn dir der Kanal gefällt, dann unterstütze doch den Kanal mit einem Premium-Abonnement über die Mitgliedschaftsfunktion. Den Mitgliedschaftsbutton findest du direkt unter dem Video. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.